Auf und hin da ganz hinten, hier das ist mit euch an das Einzeln, das ist mit euch, sehr schön. Und wie immer folgendes Beispiel könnt ihr auch springen, macht nur weg! Irgendwann wird es wieder geschehen, dass deine Hände neue Tränen sehen. Erzählen dann ein kurzes Leben und lässt sie weiterziehen. Irgendwann wird es wieder geschehen, dann bricht in dich woanders hin. Und nur die Sehnsucht lässt dich warten, bis ich dann wieder bei dir bin. Da seid ihr bei dir bin. Ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den kurzen Träumen wieder spüren. Und ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den Gegenzug nicht mehr verlieren. Und ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den kurzen Träumen wieder spüren. Und ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den Gegenzug nicht mehr verlieren. Irgendwann fängst du von vorne an, irgendwann. Lassst du noch einmal auf die Suche gehen, dann zeige ich dir den Weg. Irgendwann wird es wieder geschehen, irgendwann. Dass dir die Angst den Atem nimmt, dass ich dann wieder bei dir bin. Bei dir bin. Wo seid ihr? Und ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den kurzen Träumen wieder spüren. Und ich trage kein Herz in meiner Hand, du hast den Weg zu, dass wir nie mehr verlieren. Und ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den kurzen Träumen wieder spüren. Und ich trage kein Herz in meiner Hand, dass wir den Weg zu uns nie mehr verlieren. Wo seid ihr, Magdeburg? Ich trage dein Herz in meiner Hand. Okay, Magdeburg, wir probieren mal Folgendes. Mal sehen, ob das mit euch funktioniert. Jede, der will und der kann, geht jetzt mit mir gemeinsam in die Hocke. Okay? Wollen wir es mal probieren? Jede, der kann und der will und der Bier hat, geht in die Hocke. Los, traut euch mal. Wie sieht es von euch da drüben aus? Schön nach unten gehen. Ja? Okay, Magdeburg, ich zähle ein. Und dann zur Hose kommt, okay? Zwei, drei, vier! Hey! Und ich trat beim Herzen meiner, dass wir den Wunst und Träume wieder spüren. Und ich trat beim Herzen meiner, dass wir den Hengsturm nie mehr verlieren. Und ich trat beim Herzen meiner Hand. Kriegt ihr das hin? So laut ihr könnt? Und ich trat beim Herzen meiner Hand. Sehr schön, wie sieht es euch da ganz hinten aus? Wollen wir es mal probieren? Und ich trat beim Herzen meiner Hand. Und jetzt mal alle so laut ihr könnt. Ja! Und ich trat beim Herzen meiner Hand. Bis wir den Mut zum Träumen wieder spüren. Und ich trat beim Herzen meiner Hand.